Heute beginnt die Fastenzeit. Da denkt sich mancher, der an den Karnevalstagen richtig zugenommen hat, jetzt mal ein bisschen weniger essen wäre gar nicht so schlecht. Im Südsudan, da denken die Menschen, ein bisschen mehr essen wäre gar nicht so schlecht oder genauer gesagt, überhaupt endlich mal was essen können wäre super. Da herrscht nämlich eine brutale Hungersnot. In diesem jüngsten Staat der Welt tobt seit Jahren ein Bürgerkrieg und darum können die Menschen ihre Landwirtschaft nicht betreiben. Ein Fünftel der Bevölkerung ist auf der Flucht. 4,9 Millionen von 11 Millionen Einwohnern wissen nicht, ob sie morgen noch was zu essen haben. Hunderttausend sind gerade in akuter Lebensgefahr, die verhungern. Papst Franziskus prüft gerade, ob er nicht dahin reisen soll, um die Weltöffentlichkeit aufzurütteln. Mittwoch sagte er in der Generalaudienz, jetzt ist der Einsatz aller nötiger denn je. Gebraucht werden konkrete Lebensmittelhilfen. Das ist eine Fastenzeit, wie ich sie liebe, sagt uns der Prophet Jesaja. An die Hungernden dein Brot auszuteilen, dein Geld auszugeben oder konkret bei Google auf Miserior Südsudan gehen und dich mal richtig informieren. Zum Aschenkreuz gehört auch die konkrete Hilfe. Beten wir für Afrika. Heute 22 Uhr im Nachtgebet auf DOMRADIO.DE. Dein Weihbischof Ansgar. Let's talk to Diasen. you you you